Genau, Nico, hier links in deinem Raum gibt's ja diese Missionsdaten und da kannst du dann Meilenstein-Belohnungen, wenn du welche hast, einfordern. Punkte sind verfügbar. Genau, und dann kannst du bei den Perks hier irgendwas freischalten und die musst du dann aber nochmal bei der Ausrüstung auch auswählen. Jeder vielen Charakter, einzeln aber. Genau, ich kann ja gerade echt nix machen, aber ich könnte mein Bart mal färben. Nicht mal grün, ist ja auch sehr schön, aber ich würde vielleicht wirklich auch hier Zeit für das schöne rosa. Ich glaube, ich wechsle mal auf den Flammwerfer, so zwecks der Abwechslung. Ich mach mir mal hier der Mist. Wir haben ja irgendwie eine Kupfer gefunden in der Mission. Welchen Bart nehmen wir denn? Das ist eine wichtige Frage. Die Bart... Würdevoller Ältester. Wir nehmen ich den Bart. Ja, das ist auch die weiße Farbe, die ich... Totale Umstyle und freigeschaltet. So macht man das. So, das war die Perks. Und jetzt muss ich... Wo muss ich die anlegen? Bei meinem Equipment? Genau. Ähm... Ah, kann ein bisschen auf Start. Äh, hier bei Ausrüstung. Genau. Equipment hier in der... Station. So, was halte ich als nächstes für eine Mission? Ach nee, nicht. Ach nee. Hätte ich hier mal vorher... Ja, aber Stufe 3 ist ja... Schaffen wir ja recht locker. Dann bleiben wir aber erst mal bei der. Zu Stufe 4 ist nämlich schon ein ziemlich krasser Sprung irgendwie. Hallo, Darkness, my old friend. So super. Aber hast du schon eins getrunken, ja? Hier standen nur noch zwei. Das ist das, was ich gerade in der Hand habe. Oder wurden nur drei... Weil wir nur zu dritt sind, auch nur drei gezapft. Ja, ich glaube, das ist... Na dann, Prost. Walk in, Prost. Jetzt hat er das einfach schon weggedrungen. Ich dachte, ich kann nippen. Nee. Aber du bekommst... Du bekommst ein Achievement, wenn du es schaffst, das Bierglas dadurch einen Ring zu werfen. Ich werde schon regen. Hier. Da hinten. Ja. Easy. Orders von Management. Wahrscheinlich nicht. Und get to it. Ach. Oha. Oha. Ja. Na ja. Lassen wir das. Beste Tanzmoves. Also... Besser als im Club. Haben wir auch schon öfter gesagt, glaube ich. Viel schlechter geht auch nicht. Aber du hast jetzt ein Bart, oder? Ja, ja, klar. Sehr schön. Rock! Oh! Der Rock ist weg! Du wirst langsam zum echten Zwerg. Stück für Stück. Genau. Achievement für Achievement. Ich wollte eigentlich ein bisschen die Brock vorher noch spielen, um mal reinzukommen. Aber dann war ich so vertieft bei Valheim. Ja, es ist jetzt auch kein Spiel, finde ich, was schwer ist, da reinzukommen, oder? Nee, nee, geht jetzt auch. Oder bist du total überfordert und denkst, weil es immer noch nicht... Ich bin immer total überfordert, das heißt... Wer sind jetzt die bösen Aliens? Wer sind die guten? Auf welchen Zwerg darf ich nochmal schießen und auf welchen nicht? Genau, welchen... Welcher... Und welcher bin ich? Das ist auch immer schwierig. Das war in jedem Spiel schwierig, ne? In jedem Ego-Shooter weiß ich auch nicht. Wer bin ich denn jetzt nochmal? Ich wollte nicht aus wie nur diese Pistole. Kann man nur schlagen? Aber... Ups, Granate, Achtung! Hier ist... Dirt. Wie oft will er mir denn jetzt noch sagen, dass ich einen Laserpointer habe? Er weiß halt, dass du das Spiel noch nicht so lange spielst und dementsprechend will er dich regelmäßig verbringen. Hier ist ein Spring. Er hat einen Schlagverteiler? ein was ist da leider keine kiste ja da ja da braucht man wieder level 25 für leider aber es gibt batterien und andere sachen die man finden kann also es gibt hier schon auch loot ab und zu dem man auch finden kann ist der wahrheit rechnet was müssen wir überhaupt machen ach mules bergen schickt uns darunter auf den planeten und weiß nicht mehr was wir machen müssen also die müssen wird ganz easy wir sollen irgendwelche mules bergen von an von anderen missionen weil die haben sich geschafft weil die die sind alle gestorben aber das wird sich ja super easy die waren zwar zu zehnt sind alle tot aber wir schaffen es zu dritt das ist genau das ist von der alten und da in der nehmen müssen müssen auch die mules dann sein und damit fliegen wir dann auch weg reparieren ist jetzt gleich weil das eigene dropport das bleibt ja die und das startet ja gleich wieder wenn wir raus jetzt schon ein besteht warum sollten sie dann noch mal einschicken deshalb sein mensch machen die denn seitdem hier leute immer sterben bleibt die dropbox die dropbox das teil auch nie unten weil ist die gefahr dass sie dass man die dann bergen muss einfach zu hoch ist einfach zu hoch easy peasy ja total also viel fustel finger ist piece of cake die explodieren die gibt es auch ein ganz groß und dementsprechend größere explosion hier sind ja du bist jetzt mein stee hier ist immer ein mule ist ja schön ja da ist ein rotes t bei dir was explodieren kann dankeschön ja das war fast zu spät jetzt noch meckern also hier ist auch noch mal das teil heilung und achtung da ist wieder so ein weißer stein auf mich hat was gepackt also wäre gut wenn ihr mich rettet dann retten sollen wir dich auch noch ja ganz nett danke einer hat's gemacht ich bin am boden tja da wo du hingehörst die haben mich als jetzt gepackt ja ich versuch dich zu da ist viele seit bis auch da und jetzt ok 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 hier zeig mal das team teamwork das ist noch werde ich jetzt hier umgeschleudert ok 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 ja mach das schon ne ich mach die mission ist das ziel oder ach hier ist auch noch so die lenken die gegner ab so ein nexus teil ist ja auch noch meine liebe kein wunder dass wir dann gestorben sind das muss ich ja weg aber jetzt bin ich da und ich wollte weghüpfen gegen mich haben wir quasi die position getauscht wo ist steve ist der schon tot was macht der überhaupt er kämpfte ein ist ja wohl tot genau da vorne ist denn nexus ne bitteschön ich muss abfacke ok jetzt bin ich zu weit nach oben und bekomm Fallschaden ich muss jetzt mal hier Sachen sammeln ach ihr habt's geschafft ja gut sicher sehr gut wenn wir nicht gerade tot rumliegen dann kriegen wir auch was hin ja habt ihr gesehen wie ich die ganzen aliens die an euch geknabbert haben abgefackelt habe wunderschön war das jetzt müssen wir die beine finden die sind auch wenn du öffnest werden die angezeigt nein wirklich die beine von dem ding und das war ein eigenartiger weise gibt es ja meistens mehr beine als mules ja die hatten ersatzteile dabei achso ist bogisch ne muss zum anderen gehen und das andere hast du schon gefunden äh hat mir nur einen moment ich habe ich bin jetzt abgelenkt habe gold gefunden also ich habe auf jeden fall noch keinen zweiten gesehen ach ich habe jetzt jeden fall um die vier beine gesehen genau hier ist auch noch eins ach ich habe hier mal ach ich schmeiße dir noch ein bein hoch hier ist noch ein bein hast du die beine die ich dir hingeworfen habe nicht angebaut gesehen ich habe dir gesagt ich werfe dir ein bein hoch ich habe gehört aber ich habe kein bein gesehen ja du musst deine augen aufmachen hier was ist denn wie für ein zwerg ich glaube meine schutzbrillen sind beschlagen dein kurzgeschichten machst du jetzt nicht mehr monatlich oder du machst jetzt einfach so viel zeit wie du brauchst bis du zufrieden bist oder grundsätzlich schon monatlich ich habe ja im märz eins rausgebracht und ich bin ja momentan am band 14 am schreiben und sollte diesen monat noch erschreien ok schon mal da oben ja die markierung grad nicht jetzt jetzt fängt es an glaube ich ah ok ja gut die war nicht wir haben die blüten auch schon jetzt müssten wir nur noch was müssen wir jetzt eigentlich sind wir schon vatelliten verbindung oder ja ja nico und ich fußtelfinger nicht machen das du kannst ja versuchen den natiz in der zeit ja ich mach das wie machen wir das wir müssen bei unserem mule den roten knopf drücken ja ach so ja wir haben nämlich die geborgenen mules und unserer in das kaputte dropport geladen wir können aber immer noch sachen in abbauen und hier in die seite der ist auch eine öffnung ich kauf mal munition werden wir sicher bald brauchen sehr gut ich platziere nämlich gerade wieder sprengstoff von der station aus ach ne ja Fabian oh was ist denn hier los hab ich kurz mal aufs handy geschaut also wirklich während dem stream aufs handy schauen ja ja noch ein bisschen fokus hier ne ich muss noch candy crush nebenbeispielen so wie wie romo ne wie heißt der bodo meine ich aber habt ihr das eigentlich mitbekommen bei der letzten minister-corona-konferenz da hieß es dann so ja wir machen jetzt hier eine stunde pause oder so und dann hat hier bodo ramulo erzählt nach einer stunde war er wieder vom rechner und der rechner blieb dunkel und dann hat er da halt ewig gewartet weil er nicht wusste wann es weiter geht und es hätte ja jeden moment sein können dass es weiter geht in der zeit haben sich ja die an also alle spd länder alle cdu länder separat getroffen und halt schon mal abgestimmt damit die alles geschlossene äh fraktion auftreten können und niemand hat hat ihn eingeladen und er kam auch nicht auf die idee irgendwie da mal irgendwie ein anderes ministerium anzurufen und zu fragen was da los ist ich bin tot ja hab ich gesehen wo bist du denn ja da oben bei dem draht ganz schön ja geht nein du bist flotter ja ach da hinten was ist da ja ja wir sagen wir können auch sammeln also flammel dich naja ok da gab es noch was zu sammeln da gab es noch was zu sammeln da gab es noch was zu sammeln aber dann ist da einfach so ein explosives explosives Vieh neben mir aufgetaucht du berufstrisiko naja oh mein ich schieß mal auf das ich sprenger zu euch oh ich bin ja das war mein plan alles klar ah englisch bin ich seh nix erstmal schießen erstmal will du mich rumballern so jetzt müssen wir hier die Kapsel bewachen genau vielleicht hätte ich bescheid sagen sollen dass ich das Event starte ja alles cool ach schon Explosionsvieh solo dachte ich ne ja was spuckt denn hier schon wieder so rum hat er sich schön umgedreht damit ich ihn erwische was das ist meine ich komme treffe ganz Add doch doch ja die genau und jetzt muss man von dem shuttle aus man das steht ja scheiße ja hab ich von oben muss man bauen moment ich kann ja runter setzen oder auch nicht generell wäre es gut anders konnte ich jetzt nicht setzen dankeschön und da kommen wir nicht rauf dann müssen wir um im kreis herum und es gibt ja kein limit wie viele elemente man platzieren kann ist runter also die müssen aber nicht gebaut werden wie bei diesen die müssen den schienen erreicht als einmal also hinsetzen war ich ja ja easy jetzt müssen wir wieder nach oben und dort die oft das beschützen und sonne genau reparieren und dann auch position halten ich sehe aus dem augenwinkel wie der bohrer ganz entspannt hoch fährt das ding ist sei es scheiße gesetzt das geht gar nicht ja ich merke gerade das wird schwierig wir haben neues gesetzt damit müsste es aufkommen eine angenehme berg fahrt mit aussicht ich spuck das auf jeden fall ins loch das ziel ist auch gut ah easy weit eigentlich ja nicht runter es ist einfach so befriedigend hier alles mit feuer einzudecken hast du jetzt nicht mehr deine frostkanone für die runde habe ich mal so höre zu mit ansagen und du kriegst das nicht mit ich dachte mir ach was der bohrer labert ich erkenne langsam das problem warum heute der vierte mann fehlt am ende hat er so erzählt dass er heute nicht kann oder so einfach nicht zugehört also ihr tötet die immer recht schnell und sobald ich die sehe sind die fast schon down wo ich doch hier um das nitrat ja das nitrat brauchen wir vielleicht gar nicht mehr das kannst du nur viel money benutzen ah alles klar ich dachte du sammelst das dann auch und brauchst du dich wieder zum bauen ne leider nicht wir können jetzt ach ja eine eine halbe minuten aushalten ok wer ist wir können auch 50 sekunden noch ja gut meine plasma bist du das auch leer ist die armut dann hier ganz aufgebracht hier ist noch eine 1 noch offen und dann komme ich 30 sekunden 20 komm mal wieder zur base nico ich möchte nicht zurück dich retten aber warum bin ich jetzt da und zwar mir irgendwas ist explodiert ein ganzer haus von feinde ich glaube steve hat so ein feuer viel getötet danke erster ich krieg auch noch klein hast ihn gerade umgebracht er näher wenig ich saß hier wir haben auch er doch dann mehr leben aber fängst du an mit dark souls stream dauert noch das ist glaube ich zu frustrierend für mich kannst du doch machen das auch ein twitch account ich habe schon mal gespielt das reicht das war frustrierend genug ich habe auch wirklich so ein horrorspiel aber ich kann halt horrorspiele überhaupt nicht ab ne deswegen solltest du das machen ja dann wird es zu sehr zur qual für mich das lieben die zuschauer das lieben die zuschauer